Jetzt sind für euch da die CEO von Warsteiner, Katharina Kramer und Markus Wendel, Marketing Director von Warsteiner. Viel Spaß. Fliegender Wechsel, fantastisch. Grüß Sie, hallo. Viel Spaß. Setzt euch. Zu trinken habt ihr. Es gibt natürlich auch... Guck mal, da hast du dann... Die Jungs waren vorschnell. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, ich habe die schicken Schlappen von dem Oliver Reichert gesehen. Und habe gedacht, um die Uhrzeit jetzt mit einem Bier hier auf die Bühne zu kommen, ist vielleicht nicht so cool. Es ist also wirklich... Aber alkoholfreies Radler geht immer. Sie dürfen trinken, was Sie wollen. Ich würde aber auch noch Wasser hochbringen, wenn es unbedingt sein muss. Alkoholfreies Radler, wunderbar. Bisschen Wasser. Auch ein Radler oder ein... Was trinkst du? Ich muss ja einen klaren Kopf behalten, insofern würde ich glaube ich auch so ein alkoholfreies Radler nehmen. Dann bleiben wir bei alkoholfreies ja noch. Früher am Tag. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Prost. Cheers. Cheers. Fängt ja schon mal gut an. Ja, schön, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, meine erste Frage. Wir haben das ja schon so ein bisschen im Titel des Interviews. Vom Fernsehbier zum was eigentlich? Fernsehbier... Ich weiß nicht, die meisten Leute, wenn sie mit dem Begriff was anfangen können, ich sage trotzdem nochmal, jeder kennt wahrscheinlich Wahrsteine aus der Fernsehwerbung, das einzig Wahre. Das gibt quasi ein ganzes Segment an Brauereien, die mit Fernsehwerbung unheimlich gewachsen sind. Das ist bei euch auch der Fall. Nun gibt es ja einige Veränderungen, die die Mediennutzung fragmentiert, die Leute gucken weniger Fernsehen. Gleichzeitig ist der Bierkonsum in den letzten Jahren jetzt nicht mehr durch die Decke gegangen. Das sind zwei Entwicklungen, mit denen ihr ja umgehen müsst. Vielleicht könnt ihr einmal sagen, wie ihr damit umgeht. Ja, es ist natürlich genauso, wie du gesagt hast. Wir waren früher eine kleine Dorfbrauerei und waren national überhaupt nicht bekannt. Und da kam auf einmal das Thema Fernsehen. Und mein Vater hat sich entschlossen, nationale Werbung im Fernsehen zu schalten. Und alle haben gedacht, jetzt knallt er völlig durch. Aber das war dann eigentlich das Sprungbrett für unseren Erfolg, weil wir auf einmal die Bekanntheit hatten. Und die Leute wollten unser Bier trinken. Und so haben wir dann die nationale Bekanntheit gehabt und sind dann dadurch gewachsen. Das ist ja auch ein cleverer Move, weil man sieht, wohin es geführt hat. Wenn man ein First Mover ist und einen Marketingkanal richtig ausnutzt. Und damals war es halt super effektiv, weil es eigentlich nur so die drei Sender gab. Also man hatte kaum Streuverluste. Und ja, die Welt hat sich geändert. Und heute, wenn man die Leute erreichen will, da gibt es natürlich tausende andere Kanäle und digitale Kanäle. Und man erreicht natürlich viel besser seine Zielgruppen. Man kann viel spezifischer reingehen. Fernsehen ist immer noch relevant für uns, aber die digitalen Medien immer mehr. Und früher haben wir zum Beispiel Spots fürs Fernsehen gedreht. Die waren bis zu 25, 60 Sekunden lang. Und dann nochmal extra Spots fürs Kino, die auch nochmal länger waren. Und heute denken wir halt aus der digitalen Seite. Also wir machen eigentlich Spots für Online und Social Out of Home quasi, Digital Out of Home, die wir dann aber im Fernsehen einsetzen. Also wir drehen keine klassischen Fernsehspots mehr. Wir haben das komplett anders gedacht. Den Kanal denken wir auch anders. Also was Fernsehen nicht relevant ist, können wir nicht ganz unterstreichen. Es hat einen Relevanzverlust natürlich gegenüber von früher. Der Media Mix ist da einfach total entscheidend. Und wie gesagt, wie Katharina sagt, wir denken komplett digital. Also wir glauben nicht mal an den 25 Sekunden, den es so ganz klassisch gibt mit einer schönen Storyline. Wir sind da deutlich kürzer unterwegs. Zum Teil 8 Sekunden. 12 Sekunden ist gerade so unser TV-Format, was wir bringen. Wir spielen das auch komplett auf Zielgruppen natürlich abgestimmt. Welche Sendungen belegen wir. Und probieren auch sogar unsere TV-Spots an die Sendung anzulehnen oder an den Sendetag. Also es kann schon sein, dass du sonntags einen Wahrsteiner-Spot siehst, wer ein ganz anderes Voice-Over hat, also dass er einen Montag hat. Oder wenn er vor den Simpsons läuft, sieht er auch leicht anders aus. Sowohl von der Länge, von dem Schnitt, als auch von der Botschaft. Also auch den Kanal bespielen wir schon komplett anders und denken den anders. Vom Einsatz von Addressable TV und alles, was dazugehört. Das ist für uns einfach immer noch ein guter Kanal. Die Zielgruppe schaut das auch noch. Wir kriegen auch die Reaktionen, beispielsweise so eine Sendung wie Undercover Boss. Dann kriegst du privaten Nachrichten von Leuten, wo du denkst, ach, ich dachte, ihr habt gar kein Fernsehen mehr. Das kriegst du ja immer so, als ich sage, nein, Fernsehen gucke ich auch auf keinen Fall. Und dann ist 20.15 Uhr auf RTL Now. Genau, ja, 20.15 Uhr, dann kriegst du dein WhatsApp voll. Das ist schon interessant. Und als Brauerei hat man natürlich viele Nutzer, die noch Fernsehen gucken. Also schon noch relevant für uns. Ihr habt diese Anpassung der Creatives, wie muss man sich das, oder der Werbespot, wie muss man sich das vorstellen? Frau Simpsons, ist es dann humoriger, als wenn es vor einem Fußballspiel gezeigt wird? Wir probieren immer schon unseren Humor, unsere Markenpositionierung, die Klammer erfrischend war, probieren wir schon immer reinzubringen. Wir wollen einfach Spaß machen und so ein bisschen die Welt auf eine ironische Weise auch ein bisschen begleiten. Beispielsweise, wenn ein Krimi kommt im Fernsehen, dann zeigen wir eine Kiste Bier und sagen, für alle, die einen Mordsdurst bekommen. Also wir nehmen das Thema Krimi dann auf. Ja, kann man da, und ihr seht dann da einen Uplift, wenn man das anpasst im Vergleich zu dem General Creative. Genau, die Reaktionen sind halt spannend. Wenn du dann die Sonntagsfrage stellst, die wichtig ist, ob noch Bier im Kühlschrank ist, dann kriegst du natürlich eine andere Reaktion, als wenn du jetzt deinen ganz normalen Clip da durchlaufen lässt, sondern dann passiert was. Und das macht total Spaß, das zu entwickeln mit unseren Kreativen, die auch hier in Hamburg sitzen. Und das ist total genial. Und wir sind eigentlich schon alle immer heiß auf die nächste Line, die wir eigentlich basteln können. Und genau, so passen wir halt das an. Das ist ein bisschen spannend, wenn du dann den Mediaplan erstellst. Das ist eine Herausforderung. Von daher machen wir auch gar keinen ganzjährigen Plan, sondern sind da sehr in kurzen Abständen unterwegs, um immer wieder dynamisch reagieren zu können. Könnt ihr einmal so einen Abriss geben, wie sich euer Marketing-Mix innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahre verändert hat? Das wird ja sehr anders aussehen mittlerweile, als zu der Zeit, als dein Vater das gemacht hat. Ja, eigentlich komplett. Also früher hast du ja klassischen Mix gehabt, du hast deine drei, vier Felder gehabt. Trend, Outer Form, TV, typisch. Sponsoring ganz groß damals, das haben wir so klassisch gar nicht, sondern das ist ein komplett dynamischer Prozess. Das ist immer in Bewegung, das ist total herausfordernd. Du kannst das nicht mehr so auf Jahrzehnte planen. Wir haben so ein paar Themenfelder gesetzt, aber in den Themenfeldern wollen wir komplett aktiv sein. Beispiel jetzt neu für uns, auch aus der digitalen Sicht ein bisschen gedacht, das ganze Thema eSport Gaming mit den Partnerschaften DSL, 99 Damage, wo wir dabei sind, wo wir auch einen ganz anderen Input auf einmal bekommen, wie wir mit den Partnern und mit den Konsumenten umgehen können. Und das zeigt so ein bisschen diesen kompletten Wandel. Früher warst du im Stadion und hast deine Bande dahin gemacht, hast geguckt, dass du irgendwie eine TV-Reichweite aufbaust, total passive Kommunikation, im Endeffekt Logo gezeigt und auf Wiedersehen. Das heißt, ihr sponsert jetzt ein eSport-Team oder ein eSport-Event? Partner der Events, genau. Ja, oder hier, wenn wir Partner sind, dann möchten wir halt nicht nur einen Kühlschrank mit Bier hinstellen, sondern wir geben uns Mühe halt, die bestimmen ja oder hier zu sein oder die Etiketten dann zu machen, dass die Leute wirklich sagen, oh, guck mal hier. Und das vielleicht dann auch posten und immer auch was Neues entdecken. Aber wie ist das im Bereich eSport? Also das sind ja dann noch relativ, jetzt sage ich mal im Vergleich zum Fernsehen, unerforschtes Terrain. Da gibt es jetzt noch nicht die verlässlichen KPIs, die man im Fernsehen hat. Wie misst man, welchen Effekt es auf eine Marke hat, wenn man sich in so einem Bereich engagiert? Das ist uns total bewusst, dass das noch ein neues Feld ist. Aber das macht ja auch Spaß, das zusammen, gemeinsam mit den Partnern auch zu entwickeln. Und klar, man ist immer ein bisschen KPI-driven, aber ich glaube, man muss es dann auch mal laufen lassen und nicht ab Tag 1 sagen, so, ich habe jetzt hier meine Liste der 10 KPIs und die hake ich jetzt ab. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich da schnell wieder raus und suche mir irgendwie so das nächste Pferd, was da vorbeikommt. Sondern wir glauben an das Thema, wir glauben an die Community, die da unterwegs ist. Das passt super zu unserer Zielgruppe. Wenn man auf so einem Event war, da wird relativ viel Bier getrunken. Ja, das wollte ich gerade sagen. Man erwartet das vielleicht gar nicht, aber wir messen natürlich auch in Hektolitern. Und also, das ist wirklich... Und eSportler, würde man ja erwarten, dass die vielleicht eher Mate trinken oder... Naja, aber die haben ja viele Zuschauer, ne? Die trinken natürlich auch alle gerne Bier. Im Endeffekt ist das ja gar nicht so viel anders, als ob du in einem Stadion bist, Eishockey, Basketball, Fußball schaust, ne? Da sind ein paar Leute auf dem Platz, die können was besonders gut. Und der Rest schaut zu und freut sich drüber und wird entertaint. Und so sehen wir es bei den Events auch ein bisschen. Wie gesagt, auch das Feedback. Und das ist jetzt nicht die harte KPI, wenn ich sehe, was wir an Feedback bekommen. Ich glaube, es vergeht keine Woche, wo wir nicht irgendwo ein Statement abgeben müssen, wo nicht eine Anfrage aus irgendeiner Uni kommt. Ich schreibe meine Masterarbeit, könnt ihr nicht mal was dazu sagen? Also da sehen wir auch schon, das ist jetzt keine messbare Größe, die ist auch gerade nicht wichtig, aber dass da was passiert. Und ich glaube, wir kriegen zu wenig anderen Themen so viel Feedback, Anfragen, wie zu dem Thema E-Sport und Gaming. Einfach, weil es so eine aktive Community ist, die so viel angeht. Und weil wir auch als Marketer eigentlich erst mal gar nicht so richtig reinpassen. Was war es, Steiner? Die haben doch hier immer Fußball gemacht. Und so die klassischen Sachen, wo du dann die Biere auch erwartest. Aber wir wollen halt auch ein bisschen anders sein als die anderen. Und ich glaube, man muss auch neue Wege gehen. Wie viel, wenn ihr das irgendwie in Prozent, also ihr müsst jetzt nicht über Budgets sprechen, aber so im Marketing-Mix, im Prozentsatz, wie viel machen solche Experimente? Wie hoch ist der Anteil an dem Marketing-Mix? Also die Experimente können wir jetzt nicht, aber wir können halt, also früher war auf jeden Fall 90 Prozent immer im TV und das ist jetzt eher Richtung 50 Prozent gegangen. Und ich denke, wir sind so über 30 Prozent in digitalen Medien. Digital und das Thema Sponsoring war ja immer früher bei Brauerei ein Riesenblock. Den haben wir schon angepasst auf deutlich weniger. Also es geht uns nicht darum, viele Rechte zu haben, sondern die passenden, auch auf die ZIGO passenden. Und sowas jetzt wie E-Sport, wenn ich es im ganzen Budget sehe, sind es vielleicht momentan noch so ein, zwei Prozent. Aber das bauen wir sukzessive aus. Wir haben da überhaupt keinen Stress, keine Eile. Wir gucken uns das von Jahr zu Jahr an. Wir machen das auch wirklich gemeinsam mit den Partnern und probieren uns jedes Jahr zu entwickeln und auch nicht so mit dieser Logokeule um die Ecke zu kommen, sondern wir wollen einfach glaubwürdig da drin sein und das vielleicht die nächsten zehn Jahre. Und was macht ihr konkret im Digitalen? Was sind da eure wichtigsten Hebel? Von den Plattformen meinst du? Ja, wo investiert ihr eure Marketing-Bethees in der digitalen Welt? Also Google, Facebook, Amazon sind natürlich aufgrund ihrer Marktposition und so natürlich für uns wichtig. Aber für digitale Experimente sind wir immer offen. Genau, die drei großen. Natürlich sind wir da unterwegs. Klar, Gaming liegt nahe, dass wir mit dem Kanal Twitch und auch Twitter, dass wir uns ganz anders noch mal betrachten, jetzt auch spielen. Das passen wir auch gerade sukzessive an. Im Fokus steht für uns eigentlich gerade dieser Instagram. Mit dem Thema Musik und Gaming ist auch YouTube für uns ein Kanal, den wir deutlich mehr machen. Es gibt ja immer noch so diese Diskussion um Brand Safety und so und Quality. Da schauen wir natürlich auch immer spannend drauf, gucken, dass das auch alles gut passt. Aber auch die Kanäle bespielen wir komplett unterschiedlich. Also wir behandeln Facebook aufgrund der Zielgruppe ganz anders, als wir das mit Instagram machen und spielen auch ganz andere Themen. Gaming passiert auf einem ganz anderen Kanal, als wir das jetzt bei Facebook. Also immer da, wo wir unsere Nutzer finden. Du hast jetzt eben gesagt, als dein Vater TV-Werbung gemacht hat, gab es drei Kanäle. Und da war die Welt sehr einfach. Und im Digitalen ist die Welt ja sehr fragmentiert und deutlich... Ja, aber es ist doch auch super toll. Ich meine, im Grunde genommen hat man ja die ganze Welt zur Verfügung auch. Ja, aber es macht euch die Arbeit schwerer. Ihr müsst gucken... Also meine Frage wäre eigentlich gewesen, kann, hat digital das zumindest annähernd kompensieren können in Sachen Markenaufbau, was beim Fernsehen weggefallen ist. Ja, ich würde sagen schon. Also es ist natürlich, wie gesagt, man muss die Klaviatur ganz anders spielen, aber das hat super Chancen und es wird auch deutlich relevanter noch für uns werden. Ich glaube, das Fernsehen ist schon noch ein bisschen an Relevanz verliert. Es wird aber nie weg sein. Das glaube ich, zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Aber auch der Kanal wandelt sich ja, aber man kann ja schon sagen, wir spielen auch gewisse Produktkampagnen und gewisse Geschichten auch nur digital. Die passieren gar nicht mehr im Fernsehen. Ja, zum Beispiel Mixus oder so. Genau, unser Bier Mixus oder auch andere Produkte, da ist die Kampagne von vorneweg nur digital angelegt, weil wir wissen, die Zielgruppe ist da mehr unterwegs. Gibt es eine Digitalaktion oder einen digitalen Kanal, der für euch besonders wichtig ist, eine Kampagne, die ihr besonders hervorheben wollen würdet? Ja, also was wir mit den Mixus gerade machen im Bereich Instagram, da setzen wir jetzt auch mit Influencern ein paar Geschichten um, auch da eine ganz andere Herangehensweise, wie wir die Spots drehen. Das haben wir letztes Jahr gemacht mit einem Produkt mit Moskau Mule. Dann haben wir dann auch eine Geschichte gedreht mit so einem Sumoringer, die war recht erfolgreich. Auch das Thema WM-Etiketten, da haben wir dann so ein Flitzer-Video gedreht, das hat super performt, hauptsächlich Instagram und die Geschichten funktionieren gut. Wir hatten eben ja schon mit dem Oliver Reichert das Thema Amazon, der hat sich da sehr deutlich geäußert und stellt sich da mit breiter Brust dagegen. Ich habe gesucht, ihr seid auch auf Amazon vertreten, wir wurden da auch Wahrsteine Anzeigen ausgespielt. Das heißt, ihr seid da ein bisschen kooperativer unterwegs und seht das eher positiv, das Thema. Ja, also es ist für uns jetzt auch nicht der Riesenkanal, müssen wir ehrlich sagen. Ja, also es gibt ja dann immer so die Reichweiten-Thema und das Absatz-Thema. Also Absatz, Bier, Amazon, ich kann es jetzt mal ein bisschen brokifikativ sagen, da gibt es einige Dorfsupermärkte, die setzen mehr Wahrsteine um. Aber nein, es ist trotzdem ein spannendes Thema. Wir wollen einfach dabei sein, wir wollen das sehen, was da passiert und lernen. Vielleicht auch ein bisschen für die Zukunft. Aktuell sind jetzt da die Performance noch nicht überragend, aber wir testen das immer wieder aus, auch in Wellen. Und es ist halt auch super interessant, wenn man so bestimmte Pakete schnürt. Zu WM hatten wir dann halt auch Pakete mit Amazon, wo man dann Bier bekam und Dekoration und Chips und alles und dann quasi in so einer WM-Vermarktung mit drin war. Vielen herzlichen Dank, wir sind schon wieder durch mit der Zeit. Ich hätte noch viele weitere Fragen, aber ich werde mir dann ein anderem Mal stellen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke. Prost. Ciao, viel Spaß noch. Applaus Applaus Vielen Dank.